Jetzt heißt es aufsitzen für die nächste Bibelgeschichte. Das Abenteuer von Moses. Heiho, Sliver! Ein Stich! Eine Gurke von Gott berufen, um sein Volk in die Freiheit zu führen? Was ist mit Mo? Das ist Indianisch und heißt Gold suchen und Baby finden. Sie gehen hei, hei, yippie-gay-oh, sie nimmt ihn auf und nennt ihn. Mo ist auf einer göttlichen Mission. Lass mein Volk ziehen! Ich soll euch freilassen! Aber er muss sich in Acht nehmen vor dem Bürgermeister von Dodgeball City. Rufen Sie die Wachen zusammen! Mit ihm habe ich noch eine Rechnung offen. Es ist die Geschichte von Moses, wie du sie noch nie gehört hast. Und die Sterne hell und hell erscheinen, dann muss es Liebe sein. Auch dabei der brennende Busch. Den Stock, der sich in eine Schlange verwandelt, haben wir auf. Die ägyptischen Flagen. Wir haben Schwärme und Stürme. Rehhunde und Pickel. Flüsse fließen in Rot. Was ist das? Tomatensaft natürlich! Oh, nee! Mach dich bereit für eine große Geschichte über Zuverlässigkeit. Ich übernehme das Reden, du machst das Kunststück mit dem Stock und Gott erledigt den Rest. Das war der Plan. Erinnerst du dich? Die Veggie-Tales machen sich auf in den Westen. Bob und Larrys Bibelgeschichten. Das Abenteuer von Moses. Eine Geschichte über Zuverlässigkeit. Jetzt im Handel.